Ich komme immer wieder gerne nach Bremen. Ich bin das erste Mal, glaube ich, in diesem Raum. Letztes Mal waren wir im Autonomen Zentrum und solche großen Säle machen mir immer ein bisschen Lampenfieber, was ich ohnehin habe. Der zweite Grund für dieses Lampenfieber ist heute Abend, dass das eine Premiere ist. Ich habe diesen Vortrag so noch nicht gehalten, sondern jetzt für heute Abend vorbereitet. Also bitte ich schon mal im Voraus um Nachsicht, wenn das eine oder andere vielleicht nicht ganz so rund läuft, wie es laufen könnte. Ich möchte vielleicht kurz erklären, wie ich zu dem Thema komme. Kurze Pause könntest du über das sprechen, weil da ist der Fang leider nicht so gut. Also die Technik ist noch ein weiteres Problem. Ihr habt wahrscheinlich alle schon gesehen, hier oben die Powerpoint-Präsentation, die ist gestaucht. Das hat jetzt nichts mit Technik zu tun, das ist Konzept, weil es bei dem Thema Sozialdarwinismus und Eugenik ja auch immer um das Thema Abweichung von der Norm geht. Und weil ich heute Abend über einige ziemlich schräge Vögel spreche, also das ist sozusagen gebeugt, gestaucht. Zurück, also für mich ist der oder war der Einstieg in diese Thematik liegt schon einige Jahre zurück. Es gab 1995 in der autonomen Szene, vor allen Dingen ausgetragen über die Zeitschrift Interim, eine Diskussion über Tierrechte, Tierschutz, Veganismus und verbunden eben auch mit einer Auseinandersetzung über die Positionen von Peter Singer. Und relativ schnell war klar, dass eigentlich die große Mehrheit der autonomen Szene die Positionen von Singer, zu denen ich nachher noch ein bisschen was sagen werde, ablehnt. Nichtsdestotrotz war es so, dass Singer im liberalen und linksliberalen Spektrum und auch in der Linken durchaus auch noch Unterstützung gefunden hat, vor allen Dingen im Umfeld von Leuten, die sonst eigentlich mit Themen wie Religionskritik, Kirchenkritik unterwegs waren. Also dieser internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten hat sich für ihn reingehängt. 1996 kam oder sollte Singer dann zweimal in Deutschland auftreten, einmal in Heidelberg auf einem Kongress. Da wurde er wieder ausgeladen, nachdem es heftige Proteste gab von Antifaschisten, von ökologisch orientierten Linken, von feministischen Gruppen und Behindertenverbänden. Und in Köln blieb nur noch übrig eine Pressekonferenz zusammen mit Alice Schwarzer unter Polizeischutz. Emma und Alice Schwarzer haben sich über die Jahre hinweg als die hartnäckigsten Verteidiger von Singer erwiesen. Und diese Auseinandersetzung damals war für mich so ein bisschen der Einstieg. Ich hatte gehofft, dass das Thema durch ist, zumal es auch in den 80er Jahren eine längere Diskussion schon über Singer gegeben hatte. Er damals nicht in Deutschland auftreten konnte, beziehungsweise er hätte riskiert, dass ihm irgendjemand mit einer Krücke eins überbrät, weshalb er es vorgezogen hat, in Wien dann wieder abzudrehen. Aber nein, auf einmal taucht Singer wieder auf. Zunächst ist er 2011 von der Giordano Bruno Stiftung mit dem Ethikpreis geehrt worden. Da gab es dann auch Proteste in Frankfurt. Und inzwischen gibt es einen Förderverein des Peter-Singer-Preises, der alljährlich den Peter-Singer-Preis verleiht. In Berlin, dem Verein verbunden ist, Stefan Eck, der ursprünglich über die Tierschutzpartei ins Europaparlament gewählt worden ist und heute als Unabhängiger der Linksfraktion im Europaparlament angehört. Also das ist die Fraktion, wo Podemos, Syriza, Die Linke und so weiter vertreten sind. Die Kritik oder die Proteste gegen Singer haben den guten Grund, weil für diesen Philosophie-Professor und Bioethiker Behinderte, demente und neugeborene Menschen zweiter Klasse sind, nicht Personen mit geringerem Lebensrecht. Er verharmlost Euthanasie als Erlösung für die Betroffenen und ihre Familien und er empfiehlt sie als Methode, um Geld zu sparen. 2015 erklärt Singer in einem Interview, ich möchte keine höheren Beiträge zur Krankenversicherung bezahlen, damit behinderte Kinder, die null Lebensqualität erfahren, teure Behandlungen bekommen. Also das eine ist Singer mit seiner Anhängerschaft in bestimmten Teilen des Linksliberalismus und der Linken, das andere ist Thilo Sarrazin, wo man sich streiten kann, ob er zur Linken gehört oder nicht, aber immerhin er ist SPD-Mitglied und war Finanzsenator in einer Koalition aus SPD und Linksparteien Berlin, die in ihrer Amtszeit so ziemlich das brutalste Sparprogramm in allen Bundesländern durchgezogen hat, unter anderem den Ausstieg aus dem Flächentarifvertrag beim öffentlichen Dienst. Für mich sind Sarrazin und Singer Wiedergänger eines Sozialdarmidismus, der Ende des 19. Jahrhunderts leider im gesamten politischen Spektrum Anklang gefunden hat und dieser Sozialdarmidismus und diese Eugenik mit den Vorstellungen vom Kampf ums Dasein, vom Überleben der Tüchtigsten, von Auslese und Ausmerze waren seitdem fester Bestandteil in der völkischen und faschistischen Ideologie. Hitler zum Beispiel nimmt mehrfach in meinen Kampf Bezug auf diese Vorstellungen. Er spricht vom Kampf ums Dasein als dem aristokratischen Prinzip in der Natur und diese Ideologie führt dann in Deutschland, wie ihr alle wisst, während der Herrschaft des Nationalsozialismus zu ihrer letzten mörderischen Konsequenz der Ausmerze von als minderwertig definierten Menschen. Und bis heute ist diese Ablehnung einer prinzipiellen Gleichheit von Menschen ein Merkmal faschistischer rechter Ideologie. Und das Problem ist jetzt, dass diese Vorstellungen von Sozialdarwinismus, von Eugenik und als drittes von Neomalthusianismus, ich erkläre das dann alles nochmal, immer auch Anhänger in der Linken gefunden haben und zwar mehr oder weniger in allen Strömungen. Also das ist jetzt kein Kernstück natürlich linker Politik gewesen, aber es ist immer eine Unterströmung, die sich in den verschiedenen Fraktionen, Strömungen der Linken nachweisen lässt, mit unterschiedlicher Intensität und unterschiedlichen Begründungen. Und es ist leider halt auch ein Thema, was in der Linken jetzt nicht so eine große Rolle spielt, also eigentlich ein bisschen ein blinder Fleck in der linken Geschichte, wobei es zum Beispiel über die deutsche Sozialdemokratie durchaus auch schon eine ganz umfangreiche Aufarbeitung gibt. Wenn ich jetzt immer von Linke spreche, dann meine ich das jetzt nicht als Gütesiegel, sondern als Sammelbezeichnung für ein Spektrum von linksliberal bis linksradikal, auch in Bezug auf die Verortung und Selbstverortung der Akteurinnen und Akteure, allen voran Peter Singer, der 1999 dazu aufgefordert hat, eine neue darwinistische Linke zu formieren. Er hat ein ganzes Buch dazu geschrieben, in dem er an die Linke appelliert, grundsätzlich gesellschaftskritische Positionen aufzugeben, insbesondere die Marx'sche Analyse und stattdessen biologistische Positionen zu übernehmen. Und bemerkenswert dran ist eigentlich seine Unwissenheit, weil eine solche darwinistische Linke eigentlich seit dem 19. Jahrhundert mit Hubs and Downs immer existiert hat. Ihr seht jetzt so an der Wand hinter mir ein bisschen das Programm, was ich mir so vorgestellt habe. Wenn ich merke, dass es zu lang wird, würde ich ein bisschen was auslassen und entspringen. Aber selbstverständlich besteht die Möglichkeit, dann hinterher in der Diskussion um das ein oder andere nochmal nachzutragen. Der Ausgangspunkt, also die Vorstellungen vom Kampf ums Dasein, von Ausmerze und Menschenzucht stammen nicht von irgendwelchen obscuren, ultrareaktionären rechten Außenseitern, sondern entstanden Ende des, es fängt Ende des 18. Jahrhunderts an, wird formuliert und verbreitet von respektablen Wissenschaftlern. Das hängt mit der Ambivalenz der bürgerlichen Aufklärung und der bürgerlichen Revolutionen zusammen. Vor dem Gesetz sind fortan alle Menschen frei und gleich. Die reale Ungleichheit wird übergangen, das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, wenn Aufklärer und Liberale von Menschenrechten und Bürgerrechten sprachen, dann meinten sie eigentlich nur weiße Männer mit Besitz. Mit der Folge, dass dann auch nach diesen bürgerlichen Revolutionen im Regelfall ein Zensuswahlrecht eingeführt wurde. Das heißt, eine relativ kleine Gruppe von Männern hatten überhaupt das Wahlrecht. Immanuel Kant erklärt 1793, warum das so sein muss. Also, warum man politische Rechte nicht allen Menschen gewähren kann. Er sagt, die dazu erforderliche Qualität ist außer der natürlichen, dass es kein Kind und kein Weib sei, die einzige, dass er sein eigener Herr sei, mit irgendein Eigentum habe, wozu auch jede Kunst, jedes Handwerk, jede schöne Kunst oder Wissenschaft gezählt werden kann. Also, er hat sich selber natürlich auf jeden Fall einbezogen. Der Hausbesitzer, der Ladendiener, der Tagelöhner, selbst der Friseur, das sind nur Arbeiter, nicht Künstler und nicht Staatsglieder, um mit hin auch nicht Bürger zu sein, qualifizieren. Also, das ist sozusagen der Startpunkt dieser Aufklärung, der Anspruch auf der einen Seite von Freiheit und Gleichheit und auf der anderen Seite ist von Anfang an auch klar, zumindest in Bezug auf die bürgerlichen, politischen Rechte, ist es nur für eine relativ kleine Gruppe gemeint. Der nächste Schritt, der da wichtig ist, ist dieser Herr, Thomas Malthus, der sich 1798 in seinem wahrscheinlich einflussreichsten Werk, nämlich dem Essay On the Principle of Population, mit Vorstellungen von linken Leuten auseinandersetzt, die von einer Gesellschaft der gleichen träumen und er sagt, das kann nicht funktionieren, weil nämlich stets die Zahl der Menschen sich verdoppelt, aber die Nahrungsmittelproduktion nur linear wächst, also nicht mithalten kann. Und daraus resultiert ein Überlebenskampf, der ist unvermeidlich, der Hungertod sorgt für natürlichen Ausgleich zwischen der Ernte und der Bevölkerung. Das sind so Vorstellungen, die man dann später bei Herbert Gould findet, einem der Gründer der Grünen, aber auch zeitweise bei Earth First, einem öko-anarchistischen Netzwerk, das in den 80er Jahren als Slogan hatte, Malthus was right, also Malthus hatte recht und damit begründen wollte, warum die ökologischen Zerstörungen auf diesem Planeten in allererster Linie etwas mit dem angeblich zu starken Bevölkerungswachstum zu tun hätten. Und Malthus fährt fort und sagt, statt also die knappen Ressourcen an jenen Teil der Menschheit zu verschwenden, Zitat, der im Allgemeinen nicht als der wertvollste betrachtet werden kann, sollte der Überlebenskampf dazu führen, dass sich nur die wertvolleren Menschen durchsetzen. Er stellt bereits Überlegungen an, ob man die Menschheit durch Züchtung verbessern kann, zumindest in Bezug auf Schönheit, was immer das sein mag, Größe, Stärke, Hautfarbe. Er sagt aber, das ist nicht realisierbar, weil man nämlich in diesem Fall alle minderen Exemplare zur Ehelosigkeit verurteilen müsste. Also ihr seht, 1798 hat Old Pop, das war der Spitzname, den er für diesen Essay bekommen hat, eigentlich schon die wichtigsten ideologischen Vorstellungen dessen, was später als Sozialdarwinismus durchgeht, formuliert. Es gibt zwei weitere Herren, die da eine wichtige Rolle spielen, nur kurz, das eine ist der Soziologe Herbert Spencer, von dem dieses berühmte Schlagwort vom Survival of the Fittest stammt, und das zweite ist der Naturforscher Francis Galton, ein Cousin von Charles Darwin, der den Begriff der Eugenik prägt. Er geht davon aus, dass Menschen unterschiedlich viel wert sind, was sich zeigt an ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Klassen und Rassen. Galton malt als erster jenes Horrorgemälde aus, das Eugenikern bis heute bewegt, wonach sich nämlich die am wenigsten fähigen Menschen zu stark fortpflanzen, während sich die Elite zurückhalte und das würde auf Dauer zum Niedergang einer Nation oder einer Rasse führen. Und daraus leitet Galton dann den Vorschlag ab, dass der Staat interveniert, dass er versucht, die wertvolleren Angehörigen der Oberschicht zu animieren, durch finanzielle Anreize, mehr Kinder in die Welt zu setzen. Darwin wiederum liest... Das Buch, das ist von Spencer oder von... Das ist Spencer. Darwin wiederum liest das Buch von Malthus und übernimmt wesentliche Vorstellungen von Malthus, insbesondere diese Vorstellung vom Kampf im Stasein, bei dem die Stärkeren überleben sollen. Und der Punkt ist, dass in seinen Schriften er sich manchmal sehr zurückhaltend, manchmal etwas zweideutig ausdrückt, manchmal eine Position formuliert und im nächsten Satz wieder zurücknimmt. Ich komme da nachher nochmal drauf. Aber seine Haltungen sind im Prinzip schon glasklar. Er sagt einerseits alle Menschen stammen von gleichen tierischen Vorfahren ab und sind darum alle prinzipiell gleich. Das ist sozusagen die fortschrittliche Seite, die er da formuliert und ihr müsst euch den Kontext vorstellen, damals wird noch über die Sklaverei diskutiert und die Befürworter der Sklaverei argumentieren, die verschiedenen menschlichen Rassen haben keine gemeinsamen Vorfahren, sondern sind von Haus aus verschiedene Abbauern, Stammungslinien und die Minderwertigen seien deswegen so Sklaverei bestellt. Auf der anderen Seite sagt Darwin ja, aber es gibt eine Stufenleiter der Evolution und auf dieser Stufenleiter stehen die weißen Kulturrassen an der Spitze und und die Farbigen oder Schwarzen seien Barbaren und Wilde die weiter unten angesiedelt sind und für ihn steht fest, dass der Starke immer den Schwächeren auslöscht zum Wohle des evolutionären Fortschritts. Darwin übernimmt in seinem zweiten Hauptwerk über die Abstammung des Menschen etliche Ideen von Gordon und er sagt, bei den Wilden werden wir an Geist und Körper schwach und bald beseitigt und die, welche leben bleiben, zeigen gewöhnlich einen Zustand kräftiger Gesundheit. Auf der anderen Seite tun wir zivilisierte Menschen alles nur Mögliche, um den Prozess dieser Beseitigung aufzuhalten. Wir brauchen Zufluchtstätten für die Schwachsinnigen, für die Krüppel und die Kranken. Wir erlassen Armengesetze und unsere Ärzte strengen die größte Geschicklichkeit an, das Leben eines Lebens noch bis zum letzten Moment zu erhalten. Als Beispiel führt er die Pockenimpfung an. Früher seien Tausende wegen ihrer schwachen Konstitution den Pocken erlegen, wegen der Impfung würden sie heute verschont. Zitat Darwin Dadurch geschieht es, dass auch die schwächeren Glieder der zivilisierten Gesellschaft ihre Art fortpflanzen. Niemand, welcher der Zucht domestizierter Tiere seine Aufmerksamkeit gewidmet hat, wird daran zweifeln, dass dies für die Rasse des Menschen im höchsten gerade schädlich sein muss. Also die Impfgegnerschaft am Ende des 19. Jahrhunderts, das ist ja bis heute ein Thema Impfgegnerschaft, wird damals so interpretiert, dass man mithilfe des Impfens eigentlich der Natur ins Handwerk pfuscht und dass die biologisch minderwertigen und kranken dadurch gerettet werden und sich weiter fortpflanzen können. Das ist die Position der Impfgegner, das ist schlecht, das führt zur Degeneration der Menschheit, insbesondere der weißen Wasser und deswegen sollte man vom Impfen eigentlich die Finger lassen. Also das ist so der Konsens der Völkischen, der Sozialdarwinisten, der Eugeniker. Und bei Darwin sieht man jetzt aber schon, das trägt er ja erstmal relativ offensiv vor und dann sagt er, naja, aber diese Hilfe, die Menschen, Kranken und Behinderten gewähren würden, resultiere aus einem Instinkt der Sympathie. Wir würden den edelsten Teil unserer Natur herabsetzen, wenn wir dem Verstand nachgeben und nicht helfen. Also erst sagt er, wie schlecht es eigentlich ist und dann sagt er, naja, aber wir müssen trotzdem helfen, weil sonst schädigen wir uns selber, weil eben die Hilfe auch ein Teil unserer biologischen Ausstattung ist. Lösung des Dilemmas für ihn lag darin zu verhindern, dass solche Wesen überhaupt geboren werden. Das halten wir jetzt einfach mal fest, werden wir später nochmal drauf zurückkommen. In Deutschland ist es so, dass der wichtigste Vertreter oder der prominenteste Vertreter der Eugenik ist ein Mediziner, der heißt Alfred Plötz, er prägt 1895 den Begriff Rassenhygiene, also während man im englischen Sprachraum und auch in Deutschland von Eugenik redet, bringt er dann den Begriff der Rassenhygiene, der aber im Kern nichts anderes bedeutet, hat stärker nochmal diese Komponente des Rassismus betont. Er ist Mitgründer der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene, wo namhafte Wissenschaftler, Mediziner sich dann versammeln, die gibt es eine Zeitschrift dazu, die machen Vorlesungen, Kongresse, Ausstellungen und versuchen Eugenik als Gesellschaft nicht durchzusetzen. Plötz selber kann nach einigen Jahren als praktizierender Arzt in Berlin dank des Vermögens seiner zweiten Frau sich als Privatier in Hersching am Ammersee niederlassen, das ist da wo auch Andechs ist, Kloster Andechs und er experimentiert dort mit Hunderten von Kaninchen, um im Tierversuch zu beweisen, dass Alkohol zur Degeneration bei den Nachkommen führt. Nach vielen Jahren muss er feststellen, dass er das empirisch nicht belegen kann und daraufhin fängt er wieder zum Saufen an, was er als Student irgendwann aufgegeben hat. Ihr könnt es ein bisschen nachlesen, der Uwe Tim hat so einen Roman geschrieben, Ikarien, da ist es so literarisch aufgearbeitet. Ich erwähne den Plötz auch deswegen, weil Plötz zunächst ein Linker ist. Er flüchtet wegen der Sozialistengesetze in die Schweiz, hat dort Kontakt und diskutiert mit führenden Sozialdemokraten, die er damals nicht noch als Marxisten verstehen, über gesellschaftliche Fragen, auch über Themen der Eugenik, er reist dann aus der Schweiz in die USA, das beschreibt der Tim auch ganz schön, und besucht dort mehrere sozialistische Landkommunen, um sich anzugucken, ob die auch irgendwelche eugenischen Positionen vertreten, also er versucht so einen Mix zwischen Sozialismus und Eugenik, also eine andere Gesellschaft, ein anderer Mensch, aber dieser andere neue Mensch eben auch als biologisch hochwertigerer Mensch durch Menschenzucht. Das ist im Prinzip Plötz, und ihr seht, wie es dann weitergeht, er endet 1933 im Sachverständigen Beirat für Bevölkerungs- und Rassenpolitik, der die Nationalsozialisten bei ihrer mörderischen Politik unterstützen soll. 1936 wird er für den Schriebensnobelpreis nominiert, und zwar deswegen, weil diese Rassenhygieniker argumentieren, in einem modernen Krieg, also im Grunde sind sie natürlich keine Pazifisten, und sie finden Krieg so lange gut, solange da Männer entweder mit der Faust sich kloppen, oder mit Schwert und Axt und was weiß ich, also solange es einen Kampf Mann gegen Mann gibt, weil dann tritt ja das Prinzip der Auslese ein, der Schwächere unterliegt, aber im modernen Krieg, sagen sie, würde durch die Maschinengewehre, durch Giftgas und so weiter, wäre der Krieg eben keine Auslese der Besten mehr, sondern ganz im Gegenteil, die Schwachen und Kranken würden sich vor dem Fronteinsatz drücken, und in den Schützengräben die Masse der erbbiologisch wertvollen Männer krepieren und deswegen argumentieren diese Rassenhygieniker gegen Krieg und die Nationalsozialisten versuchen das Prestige von Plötz, der international bekannt ist, also das ist ja kein rein deutsches Phänomen gewesen, versuchen also die internationale Bekanntheit von Plötz zu nutzen und nominieren ihn für den Frinz Nobelpreis kommen dann am Ende nicht damit durch aber es ist eine andere Geschichte ich wollte jetzt noch noch mal kurz zusammenfassen also dieses Sozialravinismus Eugenik Basisideologie ist Konkurrenz Kampf ums Überleben Ausmerze der Schwachen Auslese der Starken Überleben der am besten Angepassten Das ist der Motor der Evolution und er führt zur Höherentwicklung der Menschheit Die moderne Gesellschaft die moderne Zivilisation durch Hygiene durch Medizin durch Impfen stört eigentlich diesen Mechanismus führt dazu dass die Schwachen überleben und sich fortpflanzen können führt also auf Dauer zur Degeneration zur Herrschaft der Minderwertigen Das ist sozusagen die Basisideologie Sozialravinismus und Eugenik und dann gibt es daraus abgeleitet die Vorstellungen was man damit tun wie man damit entgegenwirken kann das ist natürlich naheliegenderweise die Planmäßige Auslese und zwar indem man das ist die sogenannte positive Eugenik indem man versucht Männer und Frauen zusammenzubringen die erbbiologisch wertvoll sind und die maximal viele Kinder bezeugen sollen das ist der Vorschlag wie Thornton schon macht und es gibt die negative Eugenik dass man nämlich versucht zu verhindern dass sich die sogenannten Minderwertigen überhaupt fortpflanzen und falls mit Zwang und der nächste Schritt der bereits Ende des 19. Jahrhunderts diskutiert wird also auch das nicht originell nationalsozialistisch ist die Euthanasie da gibt es da gibt es also etliche Autoren die das in den 1890er Jahren schon fordern was die öffentliche Diskussion dann nach dem Ersten Weltkrieg stark voranbringt sind diese beiden Herren Karl Binding und Alfred Hoche mit ihrem Buch die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens also der Begriff des lebensunwerten Lebens der dann später auch im Nationalsozialismus eine große Rolle spielt der stammt also schon aus dieser Zeit und aus dieser Diskussion die Autoren fordern in diesem Buch man sollte die Todkranken die Verblödeten alle diejenigen die keinen eigenen Willen hätten und keine Gefühlsbeziehungen aufnehmen könnten mit Gas oder Gift töten so jetzt ist es so dass sowohl Malthus mit seiner Vorstellung von der Überbevölkerung von Anfang an auf Kritik gestoßen ist sowohl im bürgerlichen Lager der David Ricardo sagt Malthus habe sich eine sehr erfreuliche Formel einfallen lassen die den Reichen ermöglicht die Missgeschicke der Armen zu erklären andere sagen der steigende Wohlstand im Zuge der Industrialisierung die höhere Bildung wird dazu führen dass die Geburtenzahl absinkt das war eine Prognose die sich dann für Europa als richtig herausstellen sollte also der Malthus lag auch empirisch falsch es gab Kritiker aus den Reihen der Frühsozialisten wie den Robert Owen und der Marx machte sich über den Malthus lustig und sagt das Populationsprinzip sei das Werk protestantischer Pfaffen die unter dem Beifall der Oberschicht von den sozialen Ursachen des Zelens ablenken wollten wenn Menschen verhungern so war seit der Industriellen Revolution immer öfter offensichtlich dass es nicht an der Knappheit deren Lebensmittel sondern deren Verteilung lag etwa bei der großen Ömerkatastrophe in Irland 1845 folgende als über eine Million Menschen verhungert sind wurde gleichzeitig Getreide nach Westbritannien exportiert und vor diesem Hintergrund haben marxistisch orientierte Sozialisten und Kommunisten die Thesen von Malthus aber auch der sogenannten Neomalthusianer die sich dann später auf ihn beziehen immer abgelehnt ein bisschen anders war die Aufnahme der Theorie von Darwin fast die gesamte Linke hat enthusiastisch auf die Evolutionstheorie reagiert was nachvollziehbar ist weil sie eine solide wissenschaftlich fundierte und materialistische Erklärung anbot für die Entwicklung von Pflanzen Tieren und Menschen sie passte zur bürgerlich liberalen aber auch linken Vorstellung eines immerwährenden Fortschritts und aus antiklerikaler Perspektive hatte sie den Vorzug dass der Schöpfungsglaube und damit die Vorstellung von der Allmacht Gottes unterminiert wurden Marx und Engels begrüßten die Evolutionstheorie von Darwin als materialistische Erklärung Engels verglich den kapitalistischen Konkurrenzkampf mit Darwins Formel vom Kampf ums Dasein Darwin habe für die Naturgeschichte einen entscheidenden Fortschritt erreicht so wie Marx für das Verständnis der Geschichte schrieb Engels mehrfach allerdings wandte sich Marx stripp dagegen soziale Fragen mit Hilfe der Evolutionstheorie zu erklären oder sozialdarwinistische Schlussfolgerungen zu ziehen die Phrase vom Kampf ums Dasein so schreibt Marx sei eine sehr einbringliche Methode aber nur für gespreizte wissenschaftlich tuende hochtrabende Unwissenheit und Denkfaulheit es gab noch einige andere die da scharf mit Darwin und dem Darwinismus ins Gericht gegangen sind der Paul Lafag zum Beispiel der Darwinismus entwickelte sich zu einer Ersatzreligion die Konkurrenz wird in der Natur ausgemacht um dann im Rückschluss den Kapitalismus zu rechtfertigen Lafag ist einer der Ersten der darauf hinweist dass es unter Tieren auch gegenseitige Hilfe gibt und zwei weitere Kritiker die einigermaßen bekannt sind sind der Anarchist Peter Kropotkin und Anton Panekog ein niederländischer Rätekommunist die auch zu den frühen Kritikern des Darwinismus zählen bezeichnend für die Haltung dieser linken Kritiker war aber dass sie Eugenik und Rassismus nicht grundsätzlich Angriffen Marx selber schreibt im Kapital von Rassen Eigentümlichkeiten bezogen auf die Bevölkerung verschiedener Länder und Lafag haben auch dass unterschiedliche soziale Verhältnisse zur Entstehung verschiedener Menschenrassen mit unterschiedlicher Intelligenz geführt hätten Kropotkin kritisiert auf dem ersten internationalen Eugenikongress 1912 in London zwar den Vorschlag kranke kriminelle Behinderte zu sterilisieren formuliert aber keine Grundsatzkritik sein Landsmann der Journalist Isaac Sklovsky wahrscheinlich spreche ich es falsch aus griff dagegen auf dem gleichen Kongress den Rassismus fundamental an und bezeichnete Eugenik als bestialische Philosophie Trotz dieser Kritik von Marx von Engels und etlichen anderen gab es in der SPD sehr viele Anhänger von darwinistisch sozial darwinistischen Vorstellungen und zwar sowohl auf dem rechten Flügel bei den sogenannten Revisionisten also den Reformern als auch bei dem in der Mehrheitsfraktion der sogenannten marxistischen Orthodoxie um August Bebel und Karl Kautz die Reformisten oder Revisionisten leiteten aus Davids Evolutionstheorie die Vorstellung ab dass auch der Übergang zum Sozialismus langsam und evolutionär stattfinden würde also die haben versucht mit Hilfe von David zu begründen warum man eigentlich keine Revolution machen braucht völlig überflüssig kann nicht funktionieren wird ein langsamer Prozess die Orthodoxen dagegen sagten die Revolution werde sich von selbst einstellen wie ein Naturgesetz als Zusammenbruch des Kapitalismus Kautzki der Chef Ideologe dieses marxistischen Zentrums prägte damals die Formel die SPD sei eine revolutionäre aber keine revolutionen machende Partei das ist eine die wartet nur drauf dass sich die Natur Gesetze von selbst erfüllen völlig im Bann der Eugenik stand der schon erwähnte Karl Kautsky und der war immerhin sowohl der Chef Ideologe der SPD als auch der Zweiten Internationale also diesem Zusammenschluss von sozialdemokratischen und sozialistischen Parteien 1910 schrieb Kautsky in einem Buch mit dem Titel Vermehrung und Entwicklung in Natur und Gesellschaft die körperliche Entartung der Menschheit schreite rasch voran Schuld seien die schlechten Lebensbedingungen unter dem kapitalistischen Regime so weit kann man immer noch folgen aber auch die moderne Technik besonders die Medizin störe das Gleichgewicht in der Natur mindere die Anforderungen des Kampfes und das Dasein und erleichtere damit körperlich und geistlich minderwertige Individuen nicht bloß die Erhaltung sondern auch die Fortpflanzen also ihr seht hier in dieser Passage von Kautsky die typische Argumentation sozialistischer Eugeniker sie gehen davon aus wie die bürgerlichen und Rechten auch es gibt eine Degeneration der Menschheit nur haben sie im Unterschied zu den bürgerlichen und Rechten dafür zwei Erklärungsansätze das eine sind die Bedingungen kapitalistischen Lebens- und Arbeitsbedingungen was man gut nachvollziehen kann was auch richtig ist und das zweite ist wie ihr jetzt hier gesehen habt die Medizin die den Kampf ums Dasein durcheinander bringt also die typische sozialverbandistisch völkische Argumentation taucht hier bei Kautsky wieder auf und das ist durchaus typisch also auch alle anderen Autoren aus diesem Spektrum argumentieren alle mehr oder weniger genauso jetzt hat Kautsky natürlich folgendes Problem als Sozialist als jemand der von der Überwindung des Kapitalismus spricht muss er sich mit dem Vorwurf auseinandersetzen was ist aber wenn in einer sozialistischen Gesellschaft die schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen wegfallen dann haben die Schwachen ja noch mehr Möglichkeiten sich fortzupflanzen auszubreiten das heißt der Sozialismus würde diesen Degenerationsprozess ja eigentlich noch vorantreiben das ist ein Einwand den er in diesem Buch diskutiert und er sagt ja das ist richtig aber im Sozialismus wird dem entgegengearbeitet er lehnt staatliche Zwangsmaßnahmen ab und er setzt auf soziale Kontrolle in einer künftigen sozialistischen Gesellschaft werde Rassenhygiene als soziale Pflicht des Proletariers gelten die öffentliche Meinung und das Gewissen der Beteiligten wird im Rahmen einer Sozialeugenik dafür sorgen dass sich Leute die sich nicht völlig gesund fühlen beraten lassen und auf Kinder verzichten Zitat die Zeugung eines kranken Kindes wird dann mit ähnlichen Augen betrachtet werden wie heute noch die Zeugung eines unehelichen Kindes sprich die Eltern werden verfemt wenn sie sich nicht diesem sozialen Druck beugen kämen dennoch kranke Menschen zur Welt pferd 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 kauz geford wird ihr siegtum nicht mehr die schuld der sozialen verhältnisse sein sondern einzig und allein die persönliche schuld der Eltern im endergebnis werde im sozialismus ein neues geschlecht erstehen stark und schön und lebensfreudig wie die helden der griechischen heronen zeit wie die germanischen recken der völkerwanderung also nur um jetzt eine falsche Gewichtung reinzukriegen nicht jeder Sozialdemokrat der von Darwin begeistert war war Sozialdarwinist und Eugeniker aber ihr seht an diesen Beispielen schon dass es eben in der sich als marxistisch verstehenden Sozialdemokratie vor dem ersten Weltkrieg eine Menge Leute gab die solchen Vorstellungen anhingen und dass das eben mit Leuten wie Kautsky durchaus prominente Figuren waren nach dem ersten Weltkrieg der Niederlage Deutschlands der ökonomischen Krise aber auch andererseits der Möglichkeit der SPD jetzt an Regierungen auf Landes- und Reichsebene beteiligt zu werden nimmt das ganze Fahrt auf sowohl die preußische Landtagsfraktion als auch die Landesregierung in der SPD in Thüringen und Sachsen brachten in der Weimarer Republik Initiativen zur Sterilisierung von Behinderten von Geisteskranken ein Vorbild waren die USA wo seit 1907 in einzelnen Bundesstaaten solche Menschen zwangsweise sterilisiert wurden der Wilhelm Högner der von der SPD in Bayern hochgehalten wird weil er der erste und einzige sozialdemokratische Ministerpräsident in Bayern war nach 1945 bringt im Reichstag einen Gesetzentwurf ein er malt den Notstand der Gesellschaft an die Wand weil geistig minderwertige und Gewohnheitsverbrecher sich aufgrund ihrer ungezügelten Triebe vermehren und besonders viele Nachkommen in die Welt setzen würden als die SPD 1931 im Reichstag die freiwillige eugenische Sterilisation fordert bekommt sie die Unterstützung der NSDAP gehen Man könnte einige Leute aufzählen die in die gleiche Richtung argumentiert haben ich erwähne eine Frau die Otter Hohlberg und ich erwähne sie deswegen weil wenn ihr bei Google den Namen eingebt dann werdet ihr etliche Seiten finden wo Otter Hohlberg als sozialistische Feministin abgefeiert wird ohne den Hinweis darauf dass sie der Meinung war es würde unterhalb der Klassengesellschaft einer kapitalistischen Gesellschaft noch mal eine Schicht geben den Abfall aus allen sozialen Schichten wie sie sagt Hohlberg forderte in einer sozialistischen Gesellschaft das Tötungsverbot aufzuheben selbstverständlich um den Kranken Leid zu ersparen eine weitere wichtige Figur der Alfred Broth ja den übergehe ich jetzt mal aus Gründen der Zeit aber der ist als Arzt und als Mitglied der Reichstagsfraktion der SPD einer derjenigen der in der Weimarer Republik innerhalb der Partei diese eugenischen Positionen vorantreibt Groth ja und prognostizierte die Nation die als erste Krankenhäuser und Anstalten in den Dienst der Ausjätung der körperlich und geistig minderwertigen Stelle werde einen Vorsprung in der Konkurrenz der Nationen vor anderen haben in Schweden spielen eine wichtige Rolle die Alva Mördal und ihr Mann der Gunnar Mördal sie Soziologin Politikerin Sozialdemokratin Friedens Nobelpreisträgerin der Gunnar Mördal ein angesehener Ökonom der dann irgendwann in den 70er Jahren auch noch einen Nobelpreis bekommen hat als Ökonom der sich bereits in seiner Dissertation scharf von der Arbeitswertlehre von Marx abgrenzt die Mördals befürworten als Sozialdemokraten eine kapitalistische Ordnung die sozialstaatlich reguliert werden sollte und ihre Ansichten zur Familienplanung waren in Schweden so populär dass sie die Alltagssprache prägten familiengerechte Behausungen wurden als Mördalwohnungen bezeichnet und die Zeugung von Kindern als Mördalerei die Mördals verknüpfen soziale Reformen mit Eugenik und Bevölkerungspolitik sie fürchteten dass eine schrumpfende Bevölkerung in Schweden den Kapitalismus gefährden könnte weil Investitionen riskanter und die Nachfrage sinken würde und bei einer sinkenden Zahl von Einwohnern drohe auch die besondere Kultur der Schweden zu verschwinden das entvölkerte Land würde Einwanderer anlocken die vermutlich dann aus kulturell nicht verwandten Ländern stammen würden also da merkt man auch noch ein rassistisches Komponent ähnlich wie die Oder Ohlberg spricht auch die Alma Mördal von einem menschlichen Bodensatz die man radikal aussortieren solle und notfalls auch mit Zwangssterilisierungen an der Fortpflanzung hindern Ihr wisst vielleicht dass diese Zwangssterilisierungen in Schweden bis Mitte der 70er Jahre durchgeführt wurden und man schätzt dass etwa 60.000 bis 70.000 Menschen dort aufgrund solcher hygienischen Vorstellungen sterilisiert wurden ein zweiter Strang den ich kurz ansprechen möchte ist der sogenannte Neomalthusianismus der in Anknüpfung an Malthus davon ausgeht dass Überbevölkerung das wesentliche Problem auf diesem Planeten ist die wesentliche Ursache von Armut und seit den 60er Jahren im Gestalt eines Sykomalthusianismus auch als wesentliche Ursache von Umweltzerstörung geben Abhilfe durch Geburtenkontrolle Abhilfe durch Sterilisierung freiwillig und notfalls auch zwangsweise diese Bewegung entsteht 1877 also in den 1870er Jahren zuerst in Großbritannien und am Anfang ist es durchaus eine Bewegung mit emanzipatorischer Zielsetzung nämlich die Vorstellung indem man die Kenntnisse und den Gebrauch und den Zugang zu Verhütungsmitteln fördert könnte man das Los von Frauen insbesondere von Arbeiterfrauen erleichtern indem sie dann weniger Kinder bekommen was bedeutet dass sie eine gewisse Verfügung oder dass sie selbstbestimmte Sexualität haben können das nicht mehr verbunden ist automatisch mit der Gefahr der Schwangerschaft also zunächst mal ist es ein Ansatz die Argumentation mit der Überbevölkerung ist zwar von Haus aus problematisch aber in dieser Anfangsphase ist wenigstens die Intention noch überwiegend emanzipatorisch und es ist eine Bewegung die überwiegend von Liberalen von Sozialreformern aus der Frauenbewegung und auch von Anarchisten getragen wird wie gesagt am Anfang mit einer überwiegend emanzipatorischen Ausrichtung diese Neomalthusianer standen zunächst auch im Gegensatz zu den Eugenikern und zwar deswegen weil die Eugeniker hohe Geburtenraten befürworteten um möglichst viel Material für die Auslese im Kampf ums Dasein zu bekommen das Problem war dass aus Sicht der Eugeniker die falschen Leute zu viele Kinder bekamen und die Vorschläge von Gorken man sollte die reichen Leute mit finanziellen Anreizen dazu verleiten wieder mehr Kinder zu bekommen ins Leere gelaufen sind die hatten da kein Interesse außerdem zeigte sich in West- und Mitteleuropa der demografische Übergang das heißt die Bevölkerung fing an sich weniger stark zu vermehren der Nachschub an Arbeitskräften und Kanonenfutter drohte zu versiegen und in Deutschland kam es bald zu hysterischen Vorstellungen die sinkenden Geburtenraten würden zum Aussterben der Deutschen führen das war eine Parole schon vor dem Ersten Weltkrieg also dieses Deutschland schafft sich ab von Thilo Sarrazin der prognostizierte in 300 Jahren gibt es keine Bio-Deutschen mehr das ist nicht sehr originell sondern das taucht bereits vor dem Ersten Weltkrieg auf und in der Weimarer Republik taucht der Slogan auf Raum ohne Volk also Volk ohne Raum ist relativ bekannt diese Parole und es gab auch die Umkehrung Raum ohne Volk die Vorstellung die Deutschen sterben aus die fruchtbareren Slagen würden die Deutschen an Weltkrieg aus ihren Angestampten im Osten verdrängen vor diesem Hintergrund näherten sich Eugeniker und Neomalthusianer an das gemeinsame Schreckensszenario lautet in Europa und Nordamerika vermehrt sich eine Unterschicht der Minderbegabten und Schwachen stärker als die Ober- und Mittelschicht in globaler Perspektive drohen die Farbigen die Weißen zahlenmäßig zu überwinden zu überflügeln und damit deren koloniale Herrschaft zu untergraben die Vorstellung von der Vererbbarkeit physischer und moralischer Eigenschaften mit der Annahme einer höheren Fruchtbarkeit der Armen und Minderwertigen ließ sich hervorragend zum Horror-Gemälde einer allgemeinen Degeneration der Menschheit insbesondere der weißen Rasse kombinieren also vor diesem Hintergrund finden diese Neomalthusianer und Eugeniker in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg zusammen und es gibt gemeinsame Organisationen gemeinsame Kongresse in denen man jetzt die Geburtenkontrolle die Sterilisierung propagiert um zu erreichen dass die vermeintlich Minderwertigen die Krankheit und Behinderten sich nicht mehr so stark fortpflanzen und erschütternd finde ich dass sich diese Positionen eben auch im Bereich des Feminismus finden vor allen Dingen auch im sogenannten radikalen Feminismus da ist eine Ikone die Anita Augsburg die in Bayern jetzt gerade wieder auch von Linken abgefeiert wird weil sie dann 1918-19 aktiv an der Räterepublik beteiligt war und ich finde es gibt tatsächlich viele Dinge die sie getan hat für die man sie bewundern und feiern kann ihre Courage im Kampf für Frauenrechte ihr Kampf gegen Antisemitismus aber auch dass sie im August 1914 ohne mit der Wimper zu zucken von Anfang an gegen den Krieg war das verdient alles höchste Anerkennung aber ihre rassenhygienische Orientierung sollte man deswegen nicht unter den Tisch kehren Augsburg forderte die Legalisierung der Kindstötung nach der Geburt und begründete das Recht der Frau ihre Liebespartner frei zu wählen mit rassenhygienischen Vorteilen das Sexualleben solle der Erhaltung und Verbesserung der Art dienen die Unterdrückung der Frau also dass man sie von einer höheren Bildung ausschließt dass man sie nicht berufsfrei wählen lässt würde dazu führen dass die Leistungskonkurrenz die zur Auswahl der Tüchtigsten und damit zum Gesamtfortschritt beiträgt auf die Männer beschränkt wird erst die wirtschaftliche Selbstständigkeit versetze die Frau in die Lage Zitat ihren ureigensten Beruf die Verbesserung der Rasse zu erfüllen erklärt Augsburg 1903 auf der Tagung der radikalen Feministen 1911 schreibt sie die individuelle Auslese durch Weibchen also wenn die Frauen die Männer frei wählen können sichere im Kampf muss überleben den Sieg der besser angepasst diese Erkenntnis über das Tierreich werde aber leider nicht auf den Menschen angewandt in der patriarchalen Gesellschaft werde die Frau zwangsweise verheiratet jetzt ein längeres Zitat und dieses Verbrechen wie der Natur beherrscht unser ganzes Gesellschaftsleben seit Jahrtausenden und dürfte als verhängnisvollstes Argens menschlicher Rassendegeneration angesprochen werden die Frauenbefreiung sei deswegen der einzige Weg um diesen Niedergang zu stoppen die Leistungskonkurrenz voll zu entfalten und die Höherzüchtung der Menschheit zu bewerkstelligen Zitat der auslesende Instinkt der Frau wählt unter mehreren Bewerbern den Tüchtigsten für die Vererbung Wertvollsten also hier werden sämtliche emanzipatorischen Forderungen die ansonsten aufgestellt werden in den Dienst der Menschenzüchtung der Rassenhygiene gestellt auch im Anarchismus muss man feststellen dass er nicht immun war gegen Eugenik was Anarchisten von anderen Fraktionen der Linken Unterschied war dass sie jeden Zwang abgelehnt haben sondern auf Einsicht setzten die spanische CNT in ihrem berühmten Programm von Zaragoza von 1936 feiert die freie Liebe und fordert den Schutz aller Kinder egal ob sie nun ehelich oder unehelich geboren sind aber diese Kinder sollten Zitat durch die Anwendung biologisch-eugenischer Prinzipien vor menschlichen Verirrungen bewahrt werden eine Sexualerziehung in der Schule wird auf eine Auswahl der Spezies Mensch hinwirken die in Übereinstimmung mit den Zielen der Eugenik erfolgt so dass sich die menschlichen Paare bewusst fortpflanzen und daran denken gesunde und schöne Kinder zu zeugen also die Grundvorstellung es ist möglich es ist sinnvoll es ist notwendig die Menschheit da höher zu züchten findet sich eben auch in anarchistischen Kreisen der einzige Unterschied zu anderen Fraktionen ist dass man eben keinen Zwang haben will die Emma Goldman hat viele Jahre lang für das Recht auf Verhütung gekämpft für die für Aufklärung für die Verbreitung für das zugängliche machen von Verhütungsmitteln in den USA ist dafür auch immer wieder verurteilt und ins Gefängnis gesperrt worden sie betonte zu Recht dass weniger Kinder die Arbeiterinnen entlasten würden entlasten würden gesundheitlich und finanziell aber vor allem auch dass so schreibt sie Verhütung entscheidend und die Möglichkeit der Verhütung entscheidend zur Befreiung und Selbstbestimmung der Frau über ihren Körper und ihre Sexualität beitragt so weit so gut schaurig ist ihre Formulierung nie in der Geschichte sei die Frau so rassenbewusst wie heute gewesen jetzt muss man diese Formulierung nicht als rassistisch deuten und zwar deswegen weil der Begriff der Rasse damals auch noch für die Menschheit als Ganzes verwendet wurde und aus dem Kontext ist nicht so ganz klar wie das jetzt meint auf jeden Fall belegt diese Formulierung aber eine eugenische Position denn zunächst betont Goldman in diesem Text über Geburtenkontrolle dass diese das wichtigste Thema der modernen Zeit sei und sie verweist einige Zeilen später auf das Rassenbewusstsein der Frau was in diesem Kontext dann heißt diese seien sich der Bedeutung der Partnerwahl für die biologische Substanz künftiger Generationen bewusst also eigentlich argumentiert sie sehr ähnlich wie Augsburg eine andere richtige Figur ist die Margaret Senger die war Gründerin der American Birth Control League die Planet Parenthood Federation und die internationale Amt der bis heute in über 170 Ländern aktiv ist gehen auf ihre Initiative zurück Senger startet als Mitglied der sozialistischen Partei in den USA die sind hier bald zu lahm sie wechselt zu den Wobblies also der anarcho-syndikalistisch- rätekommunistischen militanten Gewerkschaftsorganisation ist Organisatorin bei einigen der legendärsten Streiks in den USA konzentriert sich dann nach kurzer Zeit auf das Thema der Geburtenkontrolle zunächst auch mit diesem emanzipatorischen Anspruch also als Beitrag um die Selbstbestimmung von Frauen zu fördern aber nach einiger Zeit vor allen Dingen nach einer längeren Reise nach Europa wo sie mit verschiedenen linken Eugenikern in Kontakt kommen dreht sie völlig ab orientiert sich an der bürgerlichen Oberschicht und vertrat immer offen offener knallharte eugenische und rassistische Positionen die geistensschwachen und fehlerbehafteten würden sich notorisch vermehren sie stellten eine Gefahr für Rasse und Nation dar und dieses Zitat erstickende menschliche Gestrüpp drohe die Menschheit zu überrennen jetzt haben wir die Sozialdemokraten die Anarchisten und die jetzt zuletzt auch die Kommunisten auch da gab es einige die sich aufgeschlossen zeigten wobei auch bei den Kommunisten zwei Sachen klar waren erstens Zwang gegen bestimmte Gruppen wurden abgelehnt und man lehnte auch die Vorstellung ab dass man an der Klassenstruktur irgendeine biologische Wertigkeit ablesen könnte also die Vorstellung Arbeiterklasse sei besonders erbbiologisch minderwertig haben Kommunisten wie auch Sozialisten und Anarchisten abgelehnt ich will auch da um es ein bisschen abzukürzen mich auf eine Ikone beschränken nämlich die Alexandra Kolontai die bis heute als Ikone des kommunistischen Feminismus gilt die Befreiung der Frau die freie Liebe propagierte und später Stalin als Diplomatin treu dienen sollte Kolontai forderte die Beziehungen zwischen Mann und Frau auf Freiwilligkeit und Gleichheit zu gründen aber jedes Individuum müsste sich dem proletarischen Kollektiv unterordnen das Arbeiterkollektiv solle sowohl die Mutterschaft als auch die Beziehungen zwischen Eltern und Kind regeln im Interesse des Arbeitskraftbedarfs der sozialistischen Ökonomie außerdem forderte sie und da geht es jetzt in den Bereich der Virginik eine geschlechtliche Zuchtwahl im Interesse der Rasse und wollte die Beziehung zwischen den Geschlechtern per Gesetz regeln auch im Interesse der Zitat Gesundheit und Hygiene von Nation und Rasse wie sie 1920 in einem Artikel über die neue Moral und die Arbeiterklasse schreibt eine andere Fraktion die sich vor dem Zweiten Weltkrieg als Sozialisten manche sogar als Marxisten und Bolschewisten verstand war eine Gruppe von international renommierten Genetikern und Eugenikern und die hatten die Vorstellung in der Sowjetunion wo die Reaktion besiegt ist und eine fortschrittliche Regierung an der Macht ist dort könnte Raum sein um die Zucht eines neuen Menschen auch im biologischen Sinne neuen Menschen durchzuführen und wegen ihrer Begeisterung für die Sowjetunion wurden sie im Westen als Bolschewist Eugenics bezeichnet also die bolschewistischen Eugeniker einer davon war dieser Herr das ist der Julian Huxley der aus einer angesehenen britischen Familie stammte Direktor der britischen eugenischen Gesellschaft dann später war Direktor des Londoner Zoos Mitgründer des World Wildlife Fund also er gilt auch als einer der Väter der modernen Umweltbewegung und die zweite wichtige Figur da habe ich jetzt kein Foto aber geht glaube ich auch mal ohne war der deutschstämmige US-Amerikaner Mola der 1946 den Nobelpreis für Medizin und Physiologie bekam und der 1932 in die Sowjetunion auswanderte um dort zu forschen der Huxley hat ihn dann da auch besucht und beide waren erstmal begeistert Stahldins Reich erschien ihn als Paradies der Eugeniker allerdings lief dann die Debatte und die Entwicklung in der Sowjetunion in eine andere Richtung relativ breit mussten sich die Eugeniker also auch in der Sowjetunion gab es eine eugenische Gesellschaft die ist 1920 gegründet worden und es gab eine Reihe von Eugenikern die zusammen mit ihren westlichen Kollegen die Vorstellung hatten in der sozialistischen Gesellschaft den neuen Menschen zu züchten die kamen unter Druck Eugenik wurde als bourgeoisie Ideologie grundsätzlich kritisiert und 1936 verwarf das Regime die Genetik grundsätzlich als bourgeoisie und faschistische Ideologie der Biologe Lysenko setzte sich mit der Ansicht durch dass erworbene Eigenschaften vererbt würden also da wurde es grundsätzlich bestritten dass die genetische Ausstattung auch nur irgendeine Relevanz hat und diese Vorstellung ist während des Stalinismus Staatsdoktrin gewesen und mit dieser Begründung wurden dann alle weiteren Versuche beendet und Leute wie der Mueller und der Huxley waren fortan von der Sowjetunion nicht mehr begeistert die hat also nicht Stalins Terrorregime gestört sondern der Umstand dass sie dort ihre Experimente nicht fortsetzen konnten die große Stunde dieser bolschewistischen Eugeniker schlug erst nach 1945 und zwar im Westen weil sie diejenigen waren die nach dem Ende des Faschismus die Rassenhygiene entanzifiziert haben sie waren da besonders geeignet deswegen weil sie schon vor dem Zweiten Weltkrieg auf Distanz zu den älteren Vertretern ihre Disziplin gegangen sind die haben 1939 in Edinburgh also einige Tage vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs ein genetisches Manifest publiziert unterschrieben publiziert in dem wenden sie sich gegen Rassen Vorurteile sie lehnen die Vorstellung ab dass Klassen genetisch bedingt sind aber sie sagen es gibt ein Geburtsrecht auf Chemie man sollte Menschen delektieren vor der Fortpflanzung nach Intelligenz Charakter Gesundheit und Sozialverhalten also was die gemacht haben war dass sie sich praktisch von dem rassistischen von dem faschistischen Zweig der Eugenik distanziert haben abgetrennt haben und trotzdem aber an der Eugenik sozusagen an einer entnazifizierten Eugenik festgehalten haben ich könnte jetzt das lasse ich aus Gründen aus Zeitgründen raus es hat auch was mit bestimmten wissenschaftlichen Entwicklungen zu tun vor allen Dingen der Muller hat mit Fruchtfliegen experimentiert und hat festgestellt dass durch Mutationen ständig viele neue Erbinformationen entstehen und dass die männlichen Erbgesetze allein also die Erbausstattung die man hat und die Kreuzung dass die alleine nicht erklären können wie sich Tiere Pflanzen und eben Menschen entwickeln und die ging dann davon aus dass immer mehr Menschen eigentlich Mutanten sind auch wenn man sie ihn nicht ansieht und dass daraus eine genetische Würde für die gesamte Menschheit entstünde die man mit Hilfe von Eugenik bekämpfen müsste das war die Perspektive die 50er 60er Jahre annehmen der Huxley als Umweltschützer agitiert dann gegen Atomkraft weil er sagt es Radioaktivität treibt diese Mutation und weiter voran und verstärkt damit die genetische Würde Huxley ist dann später auch der erste Generalsekretär der UNESCO und versucht es als Plattform zu nutzen um auf internationaler Ebene diese scheinbar jetzt demokratisch nicht rassistische Eugenik zu rehabilitieren weil der Begriff Eugenik so verpönt war prägt Huxley dafür den Begriff des evolutionären Humanismus und auch den Begriff des Transhumanismus und deswegen beziehen sich heute sowohl die Transhumanisten als auch die evolutionären Humanisten auf Huxley und seine Begrifflichkeiten er lässt aber Huxley lässt bis zum Schluss keinen Zweifel daran dass er davon ausgeht Menschen sind fundamental ungleich aufgrund ihrer erbbiologischen Ausstattung es gibt höher und minderwertig ausgestattete und man müsste die selektieren man muss die minderwertigen an der Volkspflanzung hin und die höherwertigen fördern also er hält an diesem gesamten Programm der Selektion und der Menschenzucht fest und wir haben jetzt die Situation auf der Ebene von ideologischen Diskussionen dass es auf der einen Seite diesen sogenannten Transhumanismus gibt auf den gehe ich jetzt auch als Zeitpunkt nicht weiter ein auch weil der in Deutschland obwohl es hier sogar eine transhumane Partei gibt bis jetzt kein wirklich wichtiger Faktor ist wichtiger ist diese Giordano Bruno Schriftung und ihr Umfeld da gehört der Internationale Bund der Konfessionslosen und Atheisten dazu der Alibri Verlag und noch etliche andere die sind an Universitäten mit Basisgruppen vertreten es ist keine Massenorganisation aber sie ist wichtig und vor allen Dingen ist es auch eben eine sowohl die Stiftung als auch das Netzwerk was da dazugehört ist eben in vielen Bereichen aktiv die für die Linke wichtig sind also wenn der Papst nach Deutschland kommt und es gibt eine linke Kampagne oder linke Aktivitäten dagegen dann ist es meistens die Giordano Bruno Stiftung oder vorher die Ibka gewesen die das koordiniert hat die diese Bündnisse stark geprägt hat also von daher seht ihr dieser ganze Bereich der Religionskritik der Kirchenkritik ist sehr stark aus diesem Spektrum geprägt und die verstehen sich selber auch als links bis links liberal die äußern sich auch zu anderen grundsätzlichen weltanschaulichen Fragen etwa zur Euthanasie sie sind für Tierrechte sie kritisieren inzwischen auch den Islam durchaus zu Recht da ist nichts dagegen einzuwenden wichtig ist dass man immer im Kopf hat dass sie grundsätzlich alle monotheistischen Religionen kritisieren also das Christentum das Judentum und den Islam und dahinter steckt die Vorstellung auch dass diese drei Religionen die Vorstellung von der Gleichheit von der fundamentalen Gleichheit aller Menschen vor Gott in die Welt gebracht haben was aus dieser Szene ideologisch aus bestimmten Gründen abgelehnt wird was ich jetzt als letzten Punkt nochmal erklären möchte 2005 wurde das sogenannte Manifest des evolutionären Humanismus publiziert das als Grundlage der Giordano Bruno Stiftung gilt und der Autor ist Michael Schmidt-Salomon ein Philosoph und Vorstandssprecher der Stiftung in diesem Manifest wird dem Humanismus dem klassischen Humanismus eine Absage erteilt Humanismus als solcher sei wieder natürlich weil der Mensch als eine Art Bio-Roboter niemals frei sein kann Schmidt-Salomon schreibt der freie Wille sei eine geschickte Selbsttäuschung unseres Organismus ein Ich gibt es im Grunde genommen nicht das sei eine Illusion der europäischen Aufklärung Leben sei ein Prozess der Selbstorganisation der auf dem Prinzip Eigennutz basiert Eigennutz sei das Grundprinzip des Lebens alle Organismen auf der Erde verdanken ihre Existenz dem eigennützigen Streben ihrer Vorfahren nach Vorteilen im Kampf von Ressourcen und genetischen Fortpflanzungserfolg das biologische Prinzip Eigennutz so schreibt er in dem Manifest empfehle dem Individuum sogar sich heimtückisch zu verhalten nämlich prooperativ gegenüber Gleichstarken und Stärkeren und Verarmungslos gegenüber Schwachen die ungleiche Verteilung von Ressourcen von Talenten und von Chancen von Krankheiten und von Behinderung selbst so etwas wie Glück sei Zitat über weite Strecken nicht menschengemacht sondern Ausdruck einer fundamentalen Ungerechtigkeit der Natur die wir nur schwer akzeptieren können aber die wir akzeptieren sollten denn die Natur ist kein Wunschkonzert der Kapitalismus sei deswegen die natürliche Wirtschaftsordnung die enorme Effizienz des Marktes gründe sich eben auch auf dem Prinzip Eigennutz die permanente Gefahr im Konkurrenzkampf zu unterliegen zwinge die Menschen zu immer höherer Produktivität und steigere damit den allgemeinen Wohlstand so wie das der Adam Smith auch schon sagt das könne niemanden verwundern heißt es in dem Manifest denn im Kern ist das Marktprinzip kaum etwas anderes als eine Übertragung evolutionärer Regeln auf das Wirtschaftsverhalten des Menschen und deswegen sei das Marktmodell eine Art des natürlichen Wirtschaftens und so lässt sich wird in diesem Manifest und in einer Reihe von weiteren Büchern dieses Prinzip des Eigennutzes auf die verschiedensten gesellschaftlichen menschlichen Lebensbereiche durchdekliniert und natürlich auch auf das Liebesleben das möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten Schmidt-Salomon schreibt im Manifest gemäß der Logik des genetischen Eigennutzes wollen männliche Wesen Sex mit möglichst vielen verschiedenen Partnern weiblichen um möglichst viele Nachkommen zu zeugen während weibliche Wesen gerne die stärksten und erfolgreichsten Männer auswählen um von ihnen möglichst viele Kinder zu gebären er begründet es mit der unterschiedlichen Größe von Hoden und Penis im Verhältnis zur Körpergröße bei Menschen Gorillas und Bonobos der Penis und die Hoden des menschlichen Mannes seien von der Größe her zwischen denen von Gorilla und Bonobo angesiedelt und deswegen habe der menschliche Mann das Potenzial zum eifersüchtigen Pascha und zum Zitat auf vaginaler Ebene militanten Spermienkrieger Monogamie sei unnatürlich Vor dem Hintergrund der biologischen Tatsachen sei es nicht verwunderlich dass nur 16% aller menschlichen Gesellschaften monogam strukturiert waren 83% dagegen Polygyn also ein Mann mit mehreren Frauen und weniger als 1% pflegten die Polyandrie also eine Frau und mehrere Männer Daraus leitet er eine scharfe Diskrepanz zur katholischen Sexualmoral ab und wertet diesen Umstand als Beispiel für die Hypothese dass Religionen ganz allgemein darauf angelegt seien real existierende Bedürfnisse zu ignorieren oder gar zu verteufeln wenn er nicht den eurozentristischen Tunnelblick hätte dann wäre ihm aufgefallen dass gerade eine der von ihm verteufelten monotheistischen Religionen die Polygamie durchaus vorsieht zum anderen ist es sicher richtig dass die meisten Menschen im Laufe ihres Lebens ihre sexuellen Wünsche auf mehr als eine andere Person richten einigermaßen unumstritten dürfte aber auch die Feststellung sein dass entgegen der Annahme eines maximalen Verbreitungsdranges die meisten bemüht sind Schwangerschaften möglichst oft zu vermeiden Kondom oder Pille wären überhaupt nicht erfunden worden hätten Leute wie Schmidt Salomon recht und diese maximale Verbreitung wäre sozusagen genetisch verankert da kommt die Vorstellung dazu die von Leuten wie Richard Dawkins übernimmt dass wir eigentlich von egoistischen Genen gesteuert werden also alles was wir tun und wo wir uns einbilden wir entscheiden frei und handeln aus freien Stücken oder aufgrund von vernünftigen Entscheidungen sei im Grunde genommen von unseren egoistischen Genen gesteuert und die wollen nur eins die maximale Verbreitung ja diese Stiftung gehört mit zu den Unterstützern von Peter Singer zu dem sage ich jetzt erstmal nicht mehr viel aus Zeitgründen kann man in der Diskussion nochmal nachholen ich möchte zum Schluss kommen und nur noch eins sagen bei all diesen ideologischen Debatten und Vorstellungen sowohl in der Vergangenheit wie in der Gegenwart stehen und standen im Hintergrund immer Kosten Nutzen Abwägungen im Gesundheits und im Sozialbereich vornehmen die Ökonomisierung läuft einerseits darauf hinaus alte behinderte und kranke Menschen auszugrenzen und andererseits heute Menschen zu Rohstoffen und Versuchskaninchen für die neuen Gen- und Biotechnologien zu degradieren die Äußerungen von Singer passten damals schon zu einer internationalen Offensive von Wissenschaftlern die unter dem Schlagwort Bioethik Eigentums- und Nutzungsrechte an menschlichen Körpern sichern wollten dabei sollten moralische Hemmschwellen abgebaut werden es gab in den 90er Jahren dann heftige Auseinandersetzungen um diverse Bioethik Konventionen bei den prominenten Genetikern und Gehforschern es gibt lautstarke Verfechter von Menschenzucht und Auslese sie wollen das Erbgut neu programmieren um Krankheit Halter und Tod zu überwinden oder das menschliche Bewusstsein als Datei in der Cloud abzusprechern Craig Wenter sieht den Menschen als Genverdopplungsmaschine und chemischen Apparat Er Er möchte Er möchte eine Ära des biologischen Designs eröffnen eine neue Phase der Evolution anbrechen Ein anderer der auch immer wieder in der Presse ist George Church möchte neue Lebewesen im Genlabor schaffen als Gebrauchsgegenstände und er möchte den Neandertaler als Klon wieder auferstehen lassen Manches ist natürlich Science Fiction manches wird sich so wahrscheinlich nicht verwirklichen lassen aber längst werden in Laboren Hybride und Chimären aus tierischem und menschlichem Erbmaterial hergestellt Menschen können sich dank Implantationsdiagnostik den Nachwuchs nach Augen- und Haarfarbe und Geschlecht aussuchen Im Herbst 2016 berichteten die Medien über das erste Drei-Eltern-Baby Da wurden zwei Eizellen verschmolzen und mit einem Spermium befruchtet für ein bis dahin kinderloses Paar aus Jordanien Im gleichen Jahr starteten Forscher das Genome Project Right um das menschliche Erbgut aus künstlicher DNA nachzubauen Im Rahmen oder der Rahmen für das was da sozusagen auf der ideologischen Ebene verhandelt wird stellen die Bestrebungen des Kapitals dar mit Hilfe von Digitalisierung Gen- und Reproduktionstechnologie Körperteile und Körperfunktionen von Menschen direkt zu verwerten Die Durchsetzung der Fabrikgesellschaft bedeutete die Subsumption der menschlichen Arbeitskraft und das Kapital Die neuen Technologien zielen nun auf eine direkte Subsumption der Körper selbst In jedem Fall ist eine ethisch-moralische Abwertung des Menschen und seiner Fähigkeiten oder auch von bestimmten Gruppen von Menschen dabei nützlich wenn nicht notwendig und das ist genau die Funktion die solche Diskussionen haben Inwieweit solche Vorstellungen verwirklicht werden hängt von gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen ab von Protest und Widerstand Das wiederum hängt davon ab inwieweit solche biologistisch-sozialdarmenistischen Vorstellungen in der Gesellschaft verbreitet ist Darum ist es wichtig sich in solchen Positionen auseinanderzusetzen und da glaube ich gibt es auch einen wichtigen Unterschied zu früher also zur Situation vor 100 Jahren nämlich dass es im Gefolge dann der Neuen Linken der Ökologiebewegung der zweiten Frauenbewegung immer mehr Gruppen gab die sich intensiv mit diesen ganzen Positionen wie Eugenik Malthusianismus kritisch auseinandergesetzt haben und da auch dagegenhalten und ob die letzten Konsequenzen solcher Ideologien gezogen werden entscheidet sich in der Regel in Krisenzeiten Alexander Mitscherlich und Fred Mielke schrieben als sie sich mit den Verbrechen der nationalsozialistischen Medizin auseinandersetzten Zitat Ehe ungeheure Taten den Alltag so bestimmen und monströse Gedanken Leitziel für das wirkliche Leben werden muss das Verhängnis aus vielen Quellen seinen Lauf genommen haben Danke Applaus Applaus Vielen Dank.